Und bevor wir mit dem zweiten Final mit Kaka-Meuteka beginnen, wollen wir es mal einmal freuen lassen mit einer Gruppe, die da aus Russland zu Gast haben. Wir freuen uns, dass sie gestern schon für Sie hier aufgetreten ist und auch heute zu Gast in der Max-Schmeling-Halle. Meine Damen und Herren aus dem russischen Kazan, für Sie jetzt die Showgruppe mit dem Handgerät Ball. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.